Nach vielen Spekulationen die letzten Monate, Wochen und Tage sind jetzt Anfang der Woche Fakten geschaffen worden. Die Fakten sehen so aus, dass ich im Sommer eine neue sportliche Herausforderung suchen werde. Und die heißt Borussia Mönchengladbach. Eine schwierige Entscheidung für mich, aber eine Entscheidung, die ich mit voller Überzeugung treffe. Jetzt ist mir aber auch wichtig, dass es vor allen Dingen darum geht, in den nächsten Wochen die anstehenden Aufgaben mit meinem Verein noch maximal anzugehen und richtig gut mit maximalen Erfolg auch zu Ende zu bringen. Wer sich ein bisschen auskennt im deutschen Fußball, im europäischen Fußball, ein Verein, der in den 70er Jahren den deutschen Fußball bestimmt hat, wo viele großartige Fußballer gespielt, gearbeitet haben, große Trainer. Ja, einfach ein Verein mit Ambitionen auch, mit einer großen Fankultur. Und das sind alles Dinge, die mich sehr gereizt haben. Und deswegen habe ich mich für Gladbach entschieden.